Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Ja, ähm, wie fange ich am besten diesen Kanal-Update an? Dieses Wochenende ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, nachdem ich gestern mit einem Auto zurückfahren durfte, von Emshorn nach Hamburg, mit drei Winterreifen und einem Sommerreifen dran, der ein Zoll größer ist, äh, als die anderen Reifen, ähm, ging mir so langsam das Wochenende richtig auf den Sack. Warum wohl? Weil eine Mutter abgestorben ist an dem Ding und ich den Reifen nicht mehr abkriegen konnte, das heißt Reifenwechsel, war so dreiviertel, äh, erfolgreich und viele andere Dinge liefen auch nicht so wie geplant. At least, wir hatten ein schönes, ja, ähm, hier, Kino, Kino-Schön-Kino-Freitag zusammen mit Slash und die Envoy, ähm, wo wir dann noch ein bisschen noch zusammen chillen konnten, Karten spielen konnten und ein bisschen Karten tauschen konnten. Ansonsten, ähm, kein einziges Turnier, weil irgendwie alles schief lief. Wir haben uns hier am Donnerstag abgesprochen, ähm, dass wir auf jeden Fall auf die Regio wollen zusammen mit die Envoy und, ähm, ja, dann wurde auch mal Freitagabend, wo wir dann halt den Film gucken wollten und so und dann halt nachher zu mir dann wollten am Samstag, wurde auf ETCG gepostet, dass die Regio ausfällt. Das heißt, ich konnte weder am Samstag noch am Sonntag überhaupt irgendwo hin auf ein Turnier und das war schon mal ein guter Start ins Wochenende und weitere Dinge liefen dann noch weiterhin schief, sodass mir das dann alles so am Hals raushing, dass ich dann gesagt habe, okay, kein Turnier dieses Wochenende. Keine Locals, weil ich da schon leider in dem Song war, das heißt, ich konnte gar nicht nach Hamburg und auch keine Regionals, weil sie überhaupt nicht stattgefunden haben. Ähm, tut mir leid dafür. Äh, das heißt, es gibt überhaupt keinen Turnierbericht, weder heute noch Dienstag. Ähm, wie der weitere Uploadplan ist, habe ich keine Ahnung, ich muss es überlegen. Ähm, also morgen auf jeden Fall Opening, das werde ich heute noch aufnehmen. Ähm, dann Dienstag muss ich mal gucken. Für Mittwoch haben wir auf jeden Fall ein Gastvideo, für Donnerstag weiß ich auch noch nicht genau, was ich mache. Und für Freitag werden wir das hier fortführen. Mein T10.000 Abonnenten-Special hat gut eingeschlagen, denke ich mal. Äh, ich hatte so viel Bammel vorher gehabt, ähm, wie das, wie das einschlagen würde. Ähm, im Endeffekt war es dann doch nicht so, ähm, schlimm wie gedacht. Ähm, vielen Dank, vielen Dank für eure Response. Und das wird auch gleich das sein, was ich gleich erstmal aufnehmen werde als erstes. Ich werde gleich wahrscheinlich zwei Folgen, ähm, vom Let's Play machen. Da mir, äh, ja. Gerade nicht der Sinn ist, nach anderen Dingen zu machen. Und ich finde das eigentlich ganz witzig. Und, ähm, das motiviert einen wieder, dass, wenn man das spielt. Weil, das macht schon ganz schön viel Spaß, dieses Let's Play zu machen. Und ich hoffe euch, ähm, ja, ich hoffe, ihr werdet es weiterverfolgen. Ähm, daher zwei Folgen will ich davon. Erstmal gleich aufnehmen, dann das Opening. Und dann schauen wir mal, was der Rest der Woche so sein wird. Vielleicht werde ich auch den einen oder anderen Tag wieder auslassen. Muss ich euch nicht jeden Tag mit Videos bombardieren. Ähm, ja. Ja, ansonsten hatten wir ja sehr interessante News für dieses, äh, Wochenende. Da hatten wir auch, äh, eine schöne Diskussion mit denen wollen Slash. Ähm, haben wir schon überlegt, naja, vielleicht zwei Cases von, ähm, Breakouts of Shadows, weil der Infinity rauskommt. Who knows? Who cares? Und, ähm, ja, das heißt, das richtige letzte Video für diese Woche war das Logitech 1039 E-Review. Hab mir gedacht, dass das nicht so viel interessiert, aber die, die interessiert hat, hat es anscheinend gefallen. Finde ich toll. Das ist zumindest dann die Kamera für unser Let's Play. Und, ähm, ja. Das war's eigentlich. Ähm, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Ähm, wir werden morgen ein Random Pack Opening machen wieder. Weil wir wollen ja auch mal die Spell Ruler aufmachen. Und ich hoffe, ja, dass das Opening euch auch gefallen wird. Und wir haben ja, glaube ich, in zwei Wochen, ich glaube in zwei Wochen kommt, oder zweieinhalb Wochen kommt ja das nächste Set raus. Ähm, das wird wahrscheinlich auf dem Case rauslaufen. Und, ja, dann hoffen wir, dass wir da auch ein paar gute Puls kriegen. Währenddessen räume ich alle meine übrigen Karten, die noch übrig sind. Ich habe noch seit letztem Jahr immer noch Comments gestapelt. Und vor allem von diesem großen Random Pack Opening, mit diesen 78 Packs, das wir im März diesen Jahres hatten. Ich habe da noch so viel Stuff, den ich wegsortieren muss. Aber ich habe alle Holos wegsortiert. Wollt ihr andauernd wissen, was ich damit mache? Wenn ich fertig bin mit diesem Kack wegsortieren, dann würde ich euch zeigen, was ich damit mache. Weil ich habe ganz schön viel Kram rumliegen momentan. Und das sind irgendwie 10k Karten, die ich spare, also die ich einfach so über habe. Und halt den Rest, den ich einfach so für mich zur Seite lege, ein paar Beiner voll. Also, zurzeit bin ich da eher am aufräumen und alles. Daher, bis das sich gelegt hat, dann werde ich wahrscheinlich ein Video dann dazu mal machen. Cases oder so öffnen wird jetzt in Zukunft auch kein Problem sein, weil ich mir richtige Systeme ausgedacht habe, wie ich am besten mit diesen ganzen Karten umgehe. Daher, ja. War das so der Kanal-Update für heute. Ich freue mich gleich erstmal ein bisschen bei einer eigenen Spieße spielen. Oh Mann, das wird so funny. Ja, das war es hier dann von mir und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann morgen beim Opening. Das war es hier von mir. Bis dahin. Tschüssi.